Nach Monaten der Spekulationen äußert sich Let's Dance-Star-Mimi Krauss endlich zu seinem Beziehungsstatus. Ja, was ist denn nun? Das fragen sich die Fans von Mimi und Bella Krauss bereits seit Monaten. Dass es zwischen dem Handballer und der Influencerin kriselt, steht schon seit letztem Jahr im Raum. Nachdem Bella ihren Mann bei seiner Let's Dance-Teilnahme öffentlich unterstützt hatte, wurde es schnell wieder ruhig um die beiden. Weder Bilder noch Storys oder gemeinsame Ausflüge posteten sie anschließend. Und das trotz viel gemeinsamer Kinder. Schon im März gestand Mimi im Interview mit Gala.de. Ja, da hat es geknallt. Wir haben viel Kinder und führen ein Fitnessunternehmen, da kracht es schon mal. Wir haben uns dann zurückgezogen und ausgesprochen. Daraufhin hätten die beiden beschlossen, wir geben einander jetzt mehr Freiräume. Klingt nach einem guten Plan. Oder, Let's Dance-Star-Mimi Krauss erklärt, bei uns ist alles okay. Offensichtlich scheint das neue Beziehungsmodell der beiden zu funktionieren. In einem Interview mit RTL spricht der 40-Jährige erneut über die Krisengerüchte und macht klar, bei uns ist alles okay. Weiter erklärt er, dass die beiden ihre Beziehung bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten wollen. Je mehr man nach außen trägt, desto mehr Futter gibt man der ganzen Öffentlichkeit. Natürlich steht man in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube solche Dinge, vor allem wenn man vier Kids hat, sollte man privat halten. Schließlich seien die Kids so langsam in einem Alter, in dem sie solche Dinge mitbekommen. Zum Abschluss des Interviews gibt er seinen Fans noch einen Rat mit auf den Weg. Behaltet euer Privatleben für euch. Dann habt ihr weniger Probleme. Ob sich auch Bella daran hält, werden die kommenden Monate zeigen, wir sind gespannt.